Ich Was ich immer so nah an Lava bauen muss Stein, ich brauch Stein Ich hab ne Kiste mit ein bisschen Stein, also wenn du ein bisschen Stein brauchst Ne, ich hab nur in Gedanken so überlegt, so was ich grad brauche Wir können auch mal ein paar Eier braten. Wann brauchen wir denn eigentlich mal Rührei eigentlich ein in Minecraft? Weiß ich nicht, irgendwas demnächst mal bestimmt. Rührei, ne? In Frankfurt mod gibt's bestimmt alles Ja, wir benutzen jetzt den Technik-Rührei-Mod Da, Dropper Spender Weißt du was immer chillig ist? Spender Wenn so ein Gas die ganze Zeit hinterher ist Und du einfach hungern bist, du kannst nicht laufen Also ähm Meld dich an bevor du zu mir kommst, sonst wirst du verrecken Stein Was ist mit Stein? Brauchst du Stein? Stein, 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 Stein Ja gut, also so richtig Porno ist die Falle jetzt nicht, ne? Um genau zu sagen, ist die überhaupt nicht Porno, aber... Ja Also das ist mal ein Lavasee Verdammt, ey Da Uh, da ist Quarz Habe ich nicht schon mal Druckplatten hergestellt? Egal Läuft Läuft Ich bin Und du machst was? Und springe und sneeke Also schleiche Schifte Schifte Boah, die Jugend von heute braucht immer diese Fachbegriffe Ne? Na ja klar Fachbegriffe machen das Leben auch viel lebenswerter Also ich komm dann gleich sobald ich mit dem Farmen fertig bin nochmal zu dir Und brauch die Glücksspitze Läuft Server Läuft Ja, ich hab's gehört Kein Problem Ich werd dann auch nochmal sagen, wenn ich komme, weil... I Pfff Jetzt würd ich jetzt gern mal kurz testen Oh, da ist noch mehr Quarz So, das brauch ich erstmal nochmal ein bisschen Nether-Rack Also entweder ich generiere grad im Nether Was natürlich scheiße wär Das kann natürlich sein, ne? Aber wo warst du bitte noch nicht im Nether? Immerhin hast du vier, fünf Folgen allein nur im Nether Vier, fünf ist untertrieben Ja, ich hab es nur grob geschätzt Vier, fünf ist echt untertrieben Ich hab nur grob geschätzt Ich war, glaub ich, äh... 20.000 Folgen Paar Stunden im Nether Alleine eine komplette Aufnahme, nur Nether Ja... Aber das ist ja wenig eigentlich Oh, ich brauch definitiv ne fucking extrem gute, äh... Effizienz-Spitzhacke Am besten ne Diapicka Einfach nur, um einmal durch den Nether durchzurennen Nicht zu rennen Achso Mhm Also ich hab jetzt schon... Yay! Ich hab's voll drauf Ein Stack 37 mit Nether Rack voll Das Problem ist, dass hier jetzt grad... Ich von zwei Gas umschlungen... Bögen Ich brauch Bögen Und versuch jetzt grad mich immer wieder Zu Nether... äh... Zu Quarz-Spawnern Stellen hinzubauen Und jede Sekunde beschossen werden kann von den Spuzzles What the fuck ist das für Glowstone? Da baue ich mich gleich hoch Mitten im Satz What the fuck, was ist das für ein Glowstone? Ist der rot oder was? So... tada... Ja... Den... Oh... Madma-Slime direkt an nem... ähm... Ah scheiße! Madma-Slime direkt an nem Spawner von Quarz Den muss ich leider töten Und vielleicht... Springt dabei Erfahrungspunkte raus Und was tut es? Natürlich... Droppen sie... Einen Nether Quarz Aber wo? Natürlich... In die Lava! Es sollte Items geben, die von Haus aus... Äh... die Lava überstehen Nether Rack, Lava Eimer Sollten einfach Sachen sein, die in der Lava überleben Obwohl... Die sozusagen... äh... verbrennen müssen Diko? Ja? Ja? Ich wollte... Meinung von dir hören Näh! Näh! Doof Idee! Fick dich! Fick den Arsch! Fick dich! Alter! Ich bin raus! Cart Cartman So... Das doof ist, dass genau da, wo ich mich jetzt hinbauen will... Gasts sind! Das blöde ist, ich hab Spender mit Werfern verwechselt Verdammt Okay, bin tot! Bin tot! Bin probably tot! Ist die Lava gefallen? Nein! Bei Gas! Und ich bau mich einfach nur in Yolo hoch! Fuck! Getroffen! Shit! Wir sind... Okay, ist offiziell... Die Effizienz Vierspitzacke ist perfekt um sich im La... Im nether einfach schnell unter Schlupf zu bauen Um sich im nether hart abzufucken facken ja ich lecke nein, nicht du! Das ist server!! ich hab mich schon gefreut Ich habe jetzt glaube ich noch nichts geschissen gekriegt, glaube ich. Nichts gescheites. Ja, lass ich mal ein Minentar. Unangekündigt aber erstmal hinkommen, ne? Ja, er hat Bescheid gesagt. Mehr hat mehr Macht, das wollen wir denn. Wir sind Team Bucket. Yes! Och, Quarz, ist so geil. Langsam fange ich an zu zweifeln an unserer Teamarbeit. Wieso? Quarz ist so geil. Weiß nicht. Ui, geil, Quarz. Ich verstehe echt nie, bist du meins. Boah, ich habe letztens... Ne, nein, nein. Wenn ich gucke, wie viele Fackeln ich auf meiner Insel geblendet habe, damit hier fast keine Zombies spawnen. Ähm, ich glaube das waren anderthalb Stacks. du hast keinen bogen dabei ich habe nichts mehr zum essen dabei das ist das einzige problem und ich habe keinen bogen ja ich bin so sausschlecht im hitten von gas und holy shit ist das viel close down und holy shit ich habe einen weg gefunden den du mal genommen hast ja ich kann bett planten bett 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 habe ich betten es ist die frage ob ich betten habe ja zwei stück mit 1p2 merkt sich da ein wortwert von wiki habe md. die wikinger nah 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 kennt sind es auch noch nicht hey hey wiki und so weiter und so weiter nein da 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 deine oder so legt man sich professionell sein bett rein man kommt nicht dran aber man kann sich reinlegen ich komme nicht an mein bett ran und dann weil es zu hoch ist habe ich einfach dann bin ich gesprungen habe rechts drauf gemacht wurde halt rein gespawnt man könnte sich auch mit betten einfach eine treppe sparen ein haus mit einem einzigen ding doch hochhüpfen ach so ja ja doch wenn es in der luft steht das praktisch ist es halt immer noch die lore weil du von der aus direkt weiter hoppen kannst ich baue hier so extrem in der höhe wenn ich das schiff verkacke werbe ich also sowas denke ich schon seit circa 70 80 folgen äh ne warte nur dass ich eben wichtige sachen dabei habe und die dann in der lava sein können 50 folgen ja ist natürlich auch wahr kann man natürlich nicht hier auf die leichte schulter nehmen das ist so ruhig weil ich baue ja wenn ich ähm glowstone abfahren wir immer mit kompletten kasten wirklich dahin wo ich dann richtig schön abfahren kann ohne dass sozusagen die gas nicht abballern können weil die mich einfach nicht sehen nur ich baue das kloster so schnell wie möglich ab also mach ich das jeder macht es so wie er will und ich was immer auf die methode weil es mir einfach liebe ist das beste glücksgefühl gibt ja weil ich weiß ich bin sicher und kann die 50 billiarden close down die ich hier gefunden habe abfahren und das ist kein joke jetzt wirklich laufig ausdauen ich glaube dir nicht dass du 50 milliarden close down dabei ja so viel jetzt auch nicht aber ich baue das alles mit der behutsamkeit pick ab wo ich dann richtig schön für close und blöcke rauskriegen sind dann ist ja gut ich glaube es war echt freuen weil du weil du irgendwas generiert hast im never du fress mich nicht du verletzt mich nicht dass ich das war oder ne ne es war dann deswegen ist er auch geläftet das tut so weh mit der tastik als aufs schiff drauf zu bleiben hand schmerz kennst du gell so ne tastenkombination wo durchs schiff bleibt an bleibt ok da ist einer runtergefallen wie so ne tastenkombination war geil ja das ist echt je nachdem ja dann willst du schnell wegrennen dann kommst du auf die taste dann bleibst du erst mal stehen ich glaube ich bring das wenn ich noch mal wenn ich noch mal eine schaufel entschante dass ich dann noch mal einen kleinen bogen um um die sein um die sein haus um bau um erde zu fahren ist die kaputt oder was die kaputt die schaufel ja die ist kaputt gegangen ich könnte sie nicht reparieren also da stand halt zu teuer und das ist einfach verbraucht ja was soll ich anders auf der machen nunja nachschieben loch buddeln habe ich doch mal ins stack erde gefarmt dann war sie weg ok ich wollte noch was anderes machen hast einen stack close down rausgekriegt aus einer einzigen quelle das ist viel